Ziele auf die Gliedermaßen heißt es. Neuer Erfolg. Ich weiß nicht, ob man den Erfolg auch später im Video sieht. Deswegen erwähne ich es einfach mal. Okay, ab zum nächsten Bereich. Die Schlage ist irgendwo da unten. Sucht weiter. Kacke. Danix Shapples fliegen in der Gegend Patrouille. Oh Gott, lass dich bloß nicht blicken. Scheiße. Ich glaube, das hätten wir auch umgehen können. Ich habe es jedenfalls gehofft, dass wir das umgehen können. Da hoch. Rollen wir uns einfach vor. Shit. Aber ich glaube, das hätte sich nicht vermeiden lassen. Hört sich wieder nach einem Riesenviech an. Oder mehreren kleinen. Okay, wir gehen jetzt einfach weiter und suchen nach dem letzten Teil. Wow, ist der schnell. Stirbt der denn? Alles, was blutet, kann sterben, war einmal die Aussage in irgendeinem Spiel. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Wir stampfen hier einfach so fröhlich drauf los. Alles, was blutet, kann auch sterben, war die Aussage. Und so ist es auch. Gott sei Dank. Ah, ich weiß auch gerade, wieder welches Spiel es war. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um dieses komische Viech. Woa, der kommt ja noch auf den Boden. Und zwar, ähm, das Spiel, wo es hieß, alles, was blutet, kann auch sterben, war die Neuauflage von Half-Life 1. Und zwar Black Panther. Das haben wir ja auch mal let's played vor einer Weile. Um genau zu sein, vor zwei Jahren. Eines meiner ersten Let's Plays, sag ich mal. Suchergewehr. Neuer Bauplan. Biologielabor. Müssen wir denn hier rein? Ja, wir müssen hier rein. Ah, hier sind wir wieder, okay. Gehen wir einmal kurz zur Bank. Gegenstände, nein, da. Erstellen wir uns nochmal ein bisschen Muni. Und nochmal ein paar Medi-Packs hier. Und ein paar Stase-Module. Damit wir das ganze Somat-Gil direkt mal verbrauchen, liebe Freunde. Okay, dann wollen wir mal weiter. Oder schicke ich eben noch die drei Sucher-Bots los. Einfach mal, um wieder Altmetall etc. zu kriegen. Schauen wir einfach mal. So viele Bots eingesetzt. Coop-Mission. Einen Moment mal. So. Einmal hier rein. Moment. Hm. Moment. Okay. Und weiter geht's. Musste gerade mal ganz kurz ans Handy gehen und was schreiben. Zu viel zum Thema, zu viele Bots abgesetzt. Ah, wir sind auch falsch gelaufen. Egal, der Bot darf jetzt hier suchen. Ich bin jetzt hier ganz professionell nur hochgefahren, weil der Bot hier seine Suche beginnen soll. Und ich hoffe, meine Festplatte läuft nicht langsam voll, weil ich jetzt schon einigermaßen lange aufnehme und die noch relativ voll ist. Aber wir gehen jetzt in den letzten Bereich. Und setzen dann die Rosetta zusammen. Da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Dass wir da zusammensetzen. Ripcord. Wir werden alle wiedergeboren. Wir werden alle wiedergeboren. Das hört sich nach einem Selbstmordattentäter an. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Ah, ich hab dich gesehen. Ich hab deinen Kopf gesehen. Komm raus da jetzt. Na, komm raus da. Ah, so viele wieder, ne? Na, kommt doch jetzt. Ich seh euch doch. Ach, kommt jetzt her. Na, kommt. Liebe Leute. Ich seh doch eure Köpfe. Na, kommt jetzt. Ihr feigen Säue. Sonst bin ich immer die feige Sau. Jetzt seid ihr mal feige und kommt hier nicht angreifen. Dabei wünsche ich mir das doch so sehr. Na, komm. Den letzten krieg ich hier auch noch. Na, komm. Alle weg. Alle weg. Dann gebt mir mal bitte eure Munition. Liebe Freunde. So, da dürfen wir nicht oder müssen wir nicht durch. Verriegelt. Ist das eine Coop-Mission? Okay, mit unserem Sicherheitsausweis kommen wir da zur Zeit nicht rein. Was haben wir da gefunden? Ein Artefakt haben wir mal wieder entdeckt durch Zufall. Aber hier müssen wir jetzt hoch. So. So. Wo geht's denn lang? Was? Wo? Wer? Was? Ah, du da. Ich hab eben in den Kopf gehauen. Alter. Ja. 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 Na kommt doch her jetzt Na kommt jetzt Hab mich den ganzen Tag so alt Ich seh doch deine Hand da hinten Von hinten kam der jetzt Und der Herzschlag von Isaac Schlägt immer höher Alter von der Seite Endlich So Haben wir die jetzt auch endlich erledigt Sammeln wir mal Sammeln wir mal alles hier ein Was wir hier so Gerade an der Seite haben Was haben wir da nach oben Da liegt noch was Achso Munition nur Ein wenige Munition Na ja Ja und du Hast ein Stays Paket für uns Okay Da müssen wir rein Kommen wir denn da so ohne weiteres rein Ja das sieht gut aus Das letzte Teil müssen wir noch holen Von Rosetta Rosetta Stone Doch das kann ich akzeptieren Aber ich will es nicht akzeptieren Irgendwie so halt Weißt du Bescheid So Einmal zur Bank Stellen wir uns am besten Noch mal ein paar Sachen her Ein bisschen Muni Wird ja immer knapp Ripcord haben wir jetzt gerade gefunden Ach wieder das Falsch da Talk Stage aus Wolfram Okay Okay wir haben uns wieder ein paar Sachen hergestellt Und irgendwelche Sticks aus Wolfram Wahrscheinlich können wir die gebrauchen um Alter Da ist was drin eingefroren Das sind einzelne Teile Von Ja Rosetta Rosetti Rosetta Die Sucher Bots sind auch zurück Deswegen gehe ich nochmal zur Bank Zwei davon zumindest Und wir müssen erstmal ein Medipack benutzen Oh wir haben zu viele Medipacks wieder im Inventar Alter Schwere Ich guck ja nie da rein So wirklich ne Und hier ist ein Clip Den gehen wir direkt auf die Bank legen Damit wir diesen einen Platz wieder frei haben Also Medipacks haben wir jetzt Gott sei Dank wieder genug Aber die Muni natürlich nicht Und wir sind jetzt auch fast Bei Rosetti Schlüsselkarte Optionale Mission Hier dafür können wir das nämlich gebrauchen Einsetzen Was war dahinter Oder was ist dahinter Heißer Tod Der heiße Tod Hier hinter haben wir nämlich dann Ah ok Das ist quasi so ne Art Energieknotenersatz von damals Hier hinter haben wir halt Ganz viel Zeugs Wovon wir ein paar Sachen halt nicht brauchen Schade Oh ein Energierahmen Den Energierahmen nehmen wir natürlich mit Die Medipacks die lassen wir jetzt mal hier liegen Also wir haben uns wirklich Zu viele Medipacks hergestellt Aber wir werden jetzt nochmal kurz zu der Weckbank gehen Diesen Rahmen hier Ablegen Da kommt auch schon ein Sucherbot Ein Suchibotti zurück So Davon haben wir ja sowieso Einiges ausgegeben Von den ganzen Sachen Die wir auch im Laufe des Spiels Bisher angesammelt haben Also müssen wir jetzt wohl wieder sammeln Und hier ist der Geologie Sektor Wo ich rein muss Und das scheint wieder tödlich zu werden Hier Hm Ah ok 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 jetzt sind wir auch da durch Und können das letzte Teil Hinausholen So Und dann schicken wir das letzte Teil mal Zu Ellie Dann gehen wir mal wieder zurück Tja Jetzt müssen wir erstmal hier wieder die Leute erledigen Ich komm hier nicht mehr lebend raus Das hast du Du wirst hier niemals lebend raus kommen Mein guter Mein schlechter Wie auch immer Du wirst hier niemals lebend raus kommen Ja Da sollte man auch mal die E-Taste drücken Um Das Ding hier Beweglich zu machen Das Ding lesia gases Die 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 Lie � Die De De Die De